Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Wir starten heute gemeinsam Vigor in der PC Version und ja Vigor gibt es ja seit einigen Jahren schon für die Xbox unter anderem und wir hatten ja damals auch Vigor sehr sehr lange gemeinsam erlebt und gespielt auf der Playstation. Da hatte ich ja jede Menge Videos gemacht und Streams dazu und ja jetzt ist die PC Version seit kurzem draußen und ja die Version vom PC befindet sich aktuell noch in einer Early Access Phase. Die Early Access Version kostet auch Geld und sobald die Early Access Phase beendet ist wird das Spiel dann auch auf dem PC Free to Play sein, also kostenlos und ich würde sagen wir springen jetzt einfach mal rein ins Spiel. Tutorial machen wir nicht, denn das haben wir damals schon mal hier gemacht auf dem Kanal ja damals der allerersten Folge zur Playstation Version. Deswegen wir springen einfach direkt in ein Match rein und wegen Gameplay und Steuerung und so ja werde ich mich denke ich schnell dran gewöhnen und danke auf jeden Fall auch an die Entwickler die mir einen Key zur Verfügung gestellt haben. Genug gelabert, jetzt legen wir aber los. Let's go! So und da sind wir jetzt hier auch schon in der ersten Runde und ich bin auf jeden Fall ready. So jetzt erst ein bisschen Loot direkt eintüten. Mit der Steuerung geht es eigentlich so weit erstmal klar jetzt gerade hier. Mal ganz kurz was gucken hier. Okay so gehe ich in die Ego Perspektive. sehr gut. Ja könnte nur sein dass ich dann vielleicht ein paar Probleme habe im Kampf. Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier gerade einer schon in unserer Umgebung. So viel sicher. Wie bei uns ist er aber glaube ich nicht. Ich denke ich höre jetzt auch gerade nichts mehr. Bleib mal kurz hier sitzen. Apropos sitzen. Okay so lege ich mich hin. Gut. Alles klar. Gut ich denke wir gehen mal ganz kurz hoch. Ne. Hier ist sicher. Gut. Nehmen wir das mal noch mit. Wunderbar. Ein paar Nägel. Und ich habe eben auf jeden Fall auch hier für die erste Runde eine Versicherung uns geholt. Das heißt unser Loot ist dann auch gesichert. Der Loot den wir jetzt hier so erbeuten hier in der ersten Runde. So. Schön wäre es natürlich wenn wir eine schöne volle Tasche hinbekommen würden. Oh. Hilfe. Oh. Hilfe. Oh. Autsch. 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 Er kommt ja her. Da hinten ist er. Ah. Schade. Da hat er mich. Ja. Schade. Ist auch nicht schlimm. Loot ist immerhin gesichert. Und ja. Ich muss auch ganz klar sagen. Ich glaube das ist jetzt auch überhaupt mein erstes Spiel auf dem PC wo ich so PvP auch habe. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ja. Weil. Ich spiele ja erst seit paar Monaten PC. Ja. Aber hatte ja bisher nur so Survival Sachen gespielt. Größtenteils. Und das ist jetzt glaube ich eigentlich ja. Mit so das erste PvP Spiel hier. Überhaupt. Gut. Gehen wir mal zum Unterschlupf zurück. Stufenaufstieg hat es auf jeden Fall fast gegeben. Ja. Und schön auf jeden Fall dass erstmal ein bisschen Beute jetzt hier gesichert ist. Auf jeden Fall muss ich sagen. Das ganze fühlt sich schon mal ganz gut an. So vom Spielgefühl her. Ja. So. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Hier haben wir jetzt Herausforderungen. Was ist denn hier? Hm 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 hm. Erste Kiste öffnen. Okay. Gut. Mein erster Abwurf. Machen wir dann mal auf. Sehr schön. Was haben wir da drin? Schön. Antibiotika. Das ist nicht verkehrt. Jetzt habe ich hier die Belohnung bekommen. Umfassstufe 2. So. Hier soll ich erstmal in den Story-Herausforderungen jetzt voranwählen. Damit ich dann die saisonalen bekomme. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Gut. Gehen wir mal ganz kurz hier drüben hin. Hier mal kurz was gucken. Habe ich eigentlich schon kosmetische Sachen? Lass uns was gucken. Okay. Ja und die anderen Spielmodi. Die bekommen wir ja dann erst wenn wir drei Begegnungen insgesamt gemacht haben. Ja und diese Karte hier kenne ich noch gar nicht. Myren. Oder wie die auch ausgesprochen wird. Und kleine Info am Rande. Ich habe auch vor dieses Spiel eventuell auch mit der Community in Zukunft zu spielen hier. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Gut. Starten wir jetzt noch mal eine Runde würde ich sagen. Let's go. Was auch zum Beispiel neu ist sind diese Booster Tickets. Die kenne ich auch noch gar nicht. Genauso wie diese hier. Oh und ich sehe gerade etwas hier. Ich muss nochmal hier ganz fix was bearbeiten. So das Zeug habe ich jetzt mal hier eingebunkert. Und was haben wir hier? Ja wir könnten so ein anderes Sturmgewehr eigentlich nehmen. So ein goldenes aber. Weiß nicht. Ob das so gut wäre. Aber kommt wir machen es jetzt einfach mal. Just for fun. So. Visierwaffen habe ich ja damals tatsächlich auf der Konsolenversion nicht so gerne gespielt. Deswegen mal sehen. Vielleicht gefällt mir ja hier. Mit PC. Eine Waffe mit. Ist hier bisschen besser. Mal gucken. Eine Panzerung. Hauen wir uns einfach auch mal noch mit hier drüben rein. Oder was haben wir denn noch hier? Ja kommt. Einmal Antibiotika nehmen wir noch mit. So. Ist dann auch genug. Das müsste auch eigentlich hier diese eine Herausforderung wieder abgeschlossen sein. Mal ganz kurz gucken. So. Ne das jetzt noch nicht. Ist jetzt abgehakt. Gut. Alles klar. Mal sehen ab wann dann unser Basisbau hier auch so richtig beginnen tut. Ich denke auch bestimmt erst nach diesen Herausforderungen hier oben. Auf jeden Fall finde ich es toll dass wir so viele Kronen jetzt gerade hier am Anfang haben. Das sieht wirklich richtig lecker aus. Das muss ich da einfach mal an der Stelle ganz klar sagen. So und da sind wir jetzt auch schon hier in der zweiten Runde drin. Und wir flitzen einmal direkt dorthin zu dem einen Gebäude. Okay und einer hat hier einen Signaldetektor genutzt. Das gefällt mir gar nicht. Hoffen wir mal dass dieser jemand nicht hier in unserer Umgebung ist. Gucken wir mal kurz hier drüben so. Da sehe ich nichts. Ja und ich muss dringend noch gucken wie das geht hier mit der Schulter zu wechseln. Mit dieser Perspektive da also. Jetzt hier habe ich ja gerade das so mit der rechten Hand die Waffe. Wie ich das rüber wechsel so soll linken. Das muss ich mal noch gucken. So und der Dressort wird gerade auch geknackt. Wo ist denn der hier? Okay zu weit weg als dass wir das jetzt schaffen könnten. Ich würde sagen wir machen es jetzt in dieser Runde hier einfach mal so. Dass wir jetzt einfach mal nur versuchen ein bisschen Loot raus zu schaffen. Und ja. That's all. Also sprich wir gehen da jetzt einfach mal hier hinten diesen kleinen Dorfbereich durch. Links höhere Schüsse. Wir flitzen raus. Oh da wird heftig gerade geschossen. Muss auch sagen ich bin gerade nicht so der größte Fan von der Karte die wir hier gerade haben. Diese Karte hier mochte ich auch damals schon nie. Auf jeden Fall weiß ich auch dass es neue Karten gibt. Ich glaube zwei Stück. Oder vielleicht sogar drei seitdem ich das letzte Mal Vigo gespielt hatte. Weil soweit ich weiß sind auf jeden Fall hier in der PC Version auch alle die jetzt so aktuell auch in der Konsolen Version sind. Ui was haben wir denn hier? Beuteschlüssel. Okay. Okay. Beuteschlüssel für vergrabene Beute. Okay. Moment. Das muss ich nochmal ganz kurz mir hier angucken. Okay das ist auch neu. Ja. Hier. Mit dieser vergrabenen Beute wo du dann so einen Schlüssel brauchst. Ja. Das gab es damals noch nicht. Damals gab es ja so vergrabene Beute schon. Aber da war das ja so zufällig zu finden mehr oder weniger auf der Karte. Ja. Es sei denn du findest halt so eine Karte wo sich die Stelle so anzeigt. Aber da brauchte man halt noch keinen Schlüssel dafür. Los. Wir looten mal den Wagen hier. Ui eine Bärenfalle haben wir hier gerade gefunden. Sehr schön. Hier ist noch ein bisschen Benzin. Ja die gute Brühe kann auch immer mit. Und dieser Bereich hier gerade ist irgendwie bisschen zu still. Vor allem wirkt es hier halt auch alles so als ob hier wirklich noch gar keiner gelootet hat. Das ist etwas unheimlich. Und ich bin auch gerade am überlegen. Gehen wir jetzt einfach mal noch dort hoch zu der vergrabenen Beute oder gehen wir jetzt gleich einfach. Ich meine am besten wäre es eigentlich wenn wir das jetzt erstmal hier abschließen mit diesen drei Begegnungen und so. Ja was bei uns hier angezeigt wird wenn wir bei der Basis sind. Ja. Das wäre eigentlich erstmal am besten. Von daher ja erstmal verlassen jetzt hier das Gebiet. Wunderbar. So. Weil dann müssen wir nämlich jetzt nur noch eine Begegnung hier machen. Dann schaltet es die anderen Aktivitäten auch noch mit frei. So was haben wir hier. Harte Arbeit zahlt sich aus. Jetzt ist es Zeit deine Wohnqualität ein wenig zu verbessern. Sehr schön. Jetzt können wir endlich bauen. Okay. Na ja und nach der nächsten Runde können wir dann auch die Sachen hier spielen. So. Nehmen wir mal hier die Belohnung wieder mit. Und jetzt bauen wir erstmal was. Okay. Geht nur das eine hier erstmal. Alles klar. Wie lange dauert das? 30 Sekunden oder? Ja. Die 30 Sekunden können wir warten. Kann ich das nächste danach bauen direkt? Ja das geht dann direkt auch schon. Wunderbar. Ich will mal kurz hier ausgucken. So. So. Belohnung wieder eintüten. Eine eigene Waffe kann ich jetzt craften. Alles klar. Gut. Machen wir mal direkt. Ja wenn ich hier eine finde. Ja fehlt leider noch an Blaupausen. Oh ne. Das kann ich machen. Sehr schön. Herstellen einmal. Dann ist wieder eine Aufgabe geschafft. Wunderbar. Das hier verstauen. Belohnung eintüten. Jawohl. Wieder ein Stufenaufstieg. Schöne Sache. Das gefällt mir. Gucken wir mal hier drüben jetzt nochmal direkt ins Menü. Unterschlupf. Unterschlupf. Umgebung. Jawoll. Aufgestiegen. Jawoll. So muss das. Ui. Wer sind das dort? Okay. So. Jetzt sieht die Basis schon mal etwas schöner hier aus. Jetzt kannst du das hier craften. Das dauert eine Minute. Und weiteres kann ich dann erstmal nicht bauen. Ja. Da brauche ich dann jetzt gleich erstmal ein bisschen Glas. Ich will mal ganz kurz hier hinten was gucken. Ob es das hier jetzt schon gibt. Ja das gibt es jetzt schon. Mit dem Spenden. Alles klar. Ja. Nur haben wir natürlich jetzt noch nicht genügend Zeug. Ui. Und es ist gerade die Karte Fjell Content drin. Das ist sehr cool. Denn die Karte war immer eine meiner Lieblingskarten. Ja. Da geben wir jetzt auf jeden Fall noch hin. In dieser Folge. Dann haben wir das hier geschafft. Ja. Dann können wir diese Sachen auch noch mit auswählen. Ich will auf jeden Fall dann auch bei Zeiten hier einen Skin wechseln. Ja. So. Jawoll. Da sind wir jetzt gespawnt hier in der dritten Runde. Und jetzt geht es direkt mal hier hoch zu dem Haley. Da gab es ja meistens Waffenteile drin. Jawoll. Ja mit dem Zeug. Ui. Kleine graue Waffen sind ja auch drin. Sehr schön. Okay. Und jetzt schnell hier runter. Denn hier oben fühle ich mich nicht ganz so sicher. Guck mal ganz fix hier unten. Jawoll. Da sehe ich etwas was noch ganz wichtig wird später. Ja. Und zwar meine allseits geliebten Chemikalien. Schön wäre es wenn hier nochmal Dünger. Jawoll. Komm her. Sehr schön. Ich bin ja schließlich ein kleiner Gärtner. Da ist Dünger sehr wichtig. Im Übrigen Leute ich packe euch mal einen Link zu meinem Twitch Account in die Kommentare. Aber auch in die Beschreibung. Da könnt ihr mir gerne folgen. Da werde ich jetzt immer mal wieder spontan denke ich live gehen. Wenn dann so gegen Abend hin. Ja. Jawoll. Und da ist ein Signaldetektor. den müssen wir mal ganz fix nutzen. Dann sehen wir die Position von allen anderen. Komm schon. Karte öffnen. Okay. Bei mir ist gerade gar keiner in der Nähe. Es sei denn hier hat natürlich so ein Signalstörer. wo er selbst dann halt dort nicht angezeigt wird. Aber hoffen wir einfach mal das ist jetzt nicht so. mal kurz gucken. Leider schon wieder weg. Hm. Gut. Also da oben ist auf jeden Fall ja einer. Bei dieser Kirche. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich will aber grundsätzlich eigentlich gar nicht in diese Richtung. Sondern ich denke wir machen hier rüber über den See. Wir müssen halt nur aufpassen jetzt hier. Weil wir nicht wissen wo der der dort oben ist sich jetzt hin bewegt. Ich denke wir legen uns gleich mal ganz kurz hier in den Gebüsch. Aber ich muss da noch mal was gucken. Ja gehen wir mal kurz hier rein. So. Also der war ja dort oben. Hm. Ja und irgendwie. Hier ist fast ein kleines bisschen seltsam. Ja das bewegen des Cursors hier in dieser Karte. Ist etwas seltsam so vom Gefühl her. Wie ich finde. Hm. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja meine Beute. Also da muss auf jeden Fall mal kurz was raus. Hm. Und den Schlüssel würde ich eigentlich dann gar nicht gleich nehmen. Müssten halt uns wenn dann da hoch trauen einmal. Wäre interessant zu wissen ob es mehrere von diesen Schlüsseln gibt. Oder nur einen immer. Ich denke eigentlich dass es nur einen immer gibt. Aber wäre gut das raus zu finden. Und wenn das jemand weiß von euch. Gern in die Kommentare hauen. Und sowieso. Lasst mich auch gerne mal wissen. Spielt ihr Vigor noch. Sowohl die die es auf Konsole spielen. als auch die die jetzt vielleicht erst vor kurzem angefangen haben. Hier mit PC der Version. Ja. Haut das gar nicht mal rein. Weil mich würde einfach mal so interessieren. Wie viele meiner Zuschauer das Spiel spielen. Vor allem. Wie viele meiner Zuschauer das noch so spielen. Die damals auch bei der Konsolenversion immer. Am Start waren so. Bei meinen Videos und so weiter. Weil Vigor ist ja damals so mit das erfolgreichste Projekt hier gewesen. Auf meinem Kanal. Deswegen interessiert mich das gerade. Kurz hier hinlegen. So wo ist die Stelle? Bisschen weiter links von mir sollte es sein. Das ist super. Ich finde die Stelle hier gerade nicht. Gar nicht gut. Vielleicht ist es auch bisschen weiter unten. Obwohl ich denke das eine Grab hier vielleicht. Ja. Let's go. Graben. 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 Oh nein. Schnell. 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 Hier muss das Zeug raus. Oh nein. Jawohl. Habe ist alles. Ja. Das ging gerade eindeutig zu lange. Also das hat zu lange gedauert bei mir hier gerade mit dem Sortieren. Das muss ich in Zukunft schneller machen. Weil das hätte mir nämlich jetzt gerade eben schon das Leben kosten können. Das muss man einfach ganz klar sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine volle Tasche. Baumaterialien haben wir jetzt nicht sonderlich viele gefunden. Sondern was wir halt jetzt gerade viel dabei haben. Hier sind so Bauteile für Waffen, Zubehör und so weiter. So. Schöne Sache. Ganze Zeug ist jetzt auf jeden Fall safe. Die drei Begegnungen, die wir ja abschließen sollten, sind dann jetzt auch endlich erledigt. Stufe 5 auch erreicht. Wunderbar. So muss das. So. Was haben wir hier? Glückwunsch. Gut. Was haben wir hier für eine Kiste? Ah. Okay. Der Battle Pass ist auch da. Auf Premium könnten wir das ganze upgraden eigentlich auch. Ja, aber da will ich noch mal gucken, wie lange die aktuelle Season hier noch geht. Okay. Ja, ist schon noch ein bisschen Zeit. Wie viele Stufen gab es hier? 50. Okay. Wäre machbar. Dann müsste ich es aber halt täglich spielen wahrscheinlich. Oder zumindest wenn dann mehrere Stunden öfter mal so. Gut. Auf jeden Fall habe ich es vor. Ja. Öfter zu bringen. Die PC-Version. Wer hat noch mal gucken müssen, ob es sich lohnt, jetzt den Battle Pass herzuholen. Ich denke aber wir werden den nehmen. Ich werde auch mal noch zwei, drei Folgen abwarten. So. Das hier tun wir einmal verbessern. Gut. Leute. Dann lasst jetzt gerne an der Stelle hier einen Daumen nach oben da. Um das Video und das Projekt zu unterstützen. Das ist das Video, das ist ganz gut. Wie ist das Video? Vielen Dank.